ja ich bin tot. ich speichere mal wieder. kann ich auch speichern? nein ich kann nur weiterspielen und spiel beenden. ah diese verflüssige performance. die stinkt genauso wie diese kloake. oh gott. schleime. diese tolle husten. die machen dann ja gar keinen schaden. man kann nur kurz nicht angreifen. warum wollten wir das? warum wolltest du das unbedingt noch mal spielen? das ist mal eine abwechslung. ja. voll ja. aber wir sind ja vorher auch so oft aufnehmen. ja jetzt bald wieder. vielleicht. möglicherweise besteht die wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht in naher zukunft mal darüber nachdenken, silverfall in den näheren einzug von spielen, wie wir bald möglicherweise wieder spielen wollen möchten, tun aufzunehmen. in den nächsten zielen. also denken wir drüber nach. dann dauert es noch mindestens 20 jahre, bis es zum eintritt. ach, hier ist noch einer. oder? schleim stirbt. stirb schleim, stirb. oder ist noch einer? mach du den mal. ok. ich mach gleich die piste. gut. so ist ja noch irgendwas. moment, die fester konnte man auch zerschlagen, oder? ja, geld. ich hab'n kreischen in sterne. ich hätt' gern'n paar machen. ich hab' doch was gefunden. ja, warum kämpft du nicht dagegen? kämpft dagegen an? schleim? und schlägt halt einfach mal auf den schleim. also das, was du da immer raus suchst, das solltest echt mal was zum arzt geben. mit solchen schleim. das soll ich irgendwie das Gefühl, dass wir in die richtige richtung gehen. das ist ja auch eine richtige richtung. richtige richtung ist da, wo man aus dem spiel rauskommt. ist nix. ein schloss. hast du einen schlüssel dabei? nö. noch mehr schleime. da hinten noch. ein schalter. ich leg ihn einfach mal um. ich hab'n schalter umgelegt. ich wusste noch nicht, was er macht, aber ich hab'n umgelegt. wo willst denn du? oh, hier sind Kisten. ja, hier sind auch schleime. töt' erst mal die. ist da noch einer gewesen. ah, der kommt nicht rein. na, zu fett für die tür. ich knack' erst mal die schatzkiste. oh, die sind schwerer. chancen zehn prozent. zeigst du erst mal, wie es nicht geht? oh, ich bin stufe zwei. aber das eine symbol hatte ich richtig. immerhin. ich guck mir das mal an. das ist da hinten. nein, ich hab's doch das zweite auch angedrückt. Moment, ich krieg das hin. bewach du die tür. gleich bin ich totarm. da ist ein schleim, boah, der kommt nicht. mal so. so, ist alles meins. so, was war da? giftnadel. vielleicht gehst du mal ein stück weg. äh, ja. ich weiß nicht warum, aber das ist vielleicht ganz klug. hm. nein, ich hab' doch drauf gedrückt. na, also. mag ich das geschosse halten. ja, das war dieses gelatungskacke, ne. äh, ich erinnere mich. ich hab' zauber. ähm. so, lass uns weitergehen. komm. äh, ja. ich ganz alleine hab' den raum mal wieder gesäubert. ähm. nur ich. ich steigere den Gelegt mal noch ein bisschen. das bringt ja auch hier, Bonus. so, hier. ich hab' da hinten den Schalter schon umgelegt, ne. den hab' ich umgelegt, ja. der ist unten, ja. das müssen wir irgendwo anders weiter suchen. so. da wollen wir schlossen. ne, ich kann ein Schloss aufknacken. Chancen 1%, ähm. ja. ja. anliefer realistisch, dass mir das gelingt. beim Schloss muss man mal vorsichtig sein. äh. das hier kann ich gar nicht knacken. ist ja gut. ja, dann wird das Schloss noch relevant sein für das. das hier auch nicht. was ist eine Schlüssel suchen? man kann das Schloss ja auch kaputt knacken. das ist das Problem. ach, stimmt. das ging ja auch, ne. und dann kommt man da gar nicht mehr hin. das hab' ich ganz vergessen, so. hui. ich bin ein Vampir. ich komm von oben. na. Zeug zum zertrümmern. woho. noch ne Kiste, ähm. Chancen 45%. schau mal, bei der Kisten kann man nicht viel falsch machen. die gehen auch nicht kaputt. was hab' ich denn da jetzt angesammelt? stellgetrank war das. wie werfe ich den weg? hier, das ist eh was für dich, glaube ich. ich weiß ja nicht, ob der permanent wirkt. was? ich weiß ja nicht, ob der permanent wirkt. ich auch nicht. ich glaube eher nicht, nur weil es ist nicht mehr mein Ding. so. so. die Fledermäuse schenke ich dir. ja, ich merke schon. ich treffe die nicht im Wasser, glaube ich. die Fledermäuse sind nervig, weil man erwischt die meistens nicht. ja, ich auch nicht. vielleicht wenn du hier hochkommst. aber du hast keinen bock hier hinter zu kommen, sehschau. jetzt sind sie weg. alles gut. ich bespring dich. ich hab' meinen Dille dabei und dann fiege ich die richtig von hinten her. so. dein schwanz steht schon an. ja. oh gott. ich hab' ich den magie gewirkt. ich erinnere mich. war so scheiße hier. hui. oh. das hat ihn fast getötet. cool. ah, jetzt hab' ich den krank genommen. sehr gut. nein, ich. wähle ich das jetzt wieder ab? ja, ich versuche gerade herauszufinden, wie ich die Zauberhütte abwähle. okay. aber ich weiß nicht, wie ich das tue. verdammt, ich wähle ich die Zauberhütte wieder ab. ist man Escape, oder? nee, da komme ich nur in dieses Pseudomenü. keine Ahnung. ah, jetzt. ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. wo bist du? hinten. ich werde hier von Kobolden gekillt und er rennt irgendwo da hinten rum, verstehste? dummer Penner. scheiße, erst mal mir hilft oder die Dinger tötet? Nö, ich hau ab. Ja, wir müssen ja, also... ...die lang. Jetzt kommen wir wieder zurück und die killen, wenn wir wollen. Indem wir dann hier raufspringen und dann da hinten durch. Die sind aber auf der anderen Seite, du, voll Pfosten. Vor allem, es geht da lang weiter. Nein, es geht hier lang weiter, ja. Boah. Ich überlebe mich hier mit 20 und er mit einem. Ich bin und zwar so gefangen, dann komme ich hier wieder rauf. Ja, kommen wir wieder rauf. Gut, dass ich so viel Magie habe, aber das hilft mir jetzt sehr. Gut, dass ich meine einzigen beiden Sprüche so gefeuert habe. Ich glaube, ich habe auch so einen Spruch heute noch. Ja, das ist wahrscheinlich eine Spruchrolle. Ja, ist eine Spruchrolle, ja. Das ist ja nicht ernst zu nehmen. Kommen wir da rein und helf mir, gefälligst und stehen hier da draußen rum. Macht wieder nichts. Ich hatte auch einen. Ja, einen, ich habe schon zwei getötet. Den habe ich auch schon. Nimm die Tränke. Ja, willst du die Spruchrollen nicht haben, oder was? Naja, das bringt halt nicht viel, weil sie halt gleich weg sind und sich nicht wieder aufladen lassen. Aber Sinn, dass wir rollen überhaupt, schreibe ich total im Müll. Aber das war der Mist. Ja. Ich kann meinen Arm blocken. Ich muss mal gucken, was das ist. Was ist das? Das ist, äh, Freezing Touch. Was? Ja, bei mir ist es auf Englisch. Also, ach so, du hast ja irgendwas Gefrorenes. Gleich eine Stern. Hör ich noch ein. Eiskalte Berührung. Ist das so eine blaue Hand? Ja, ja, genau. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Ich konnte die nicht anwenden. Ich habe dann, wenn ich zweite bin, habe ich sowas auch. Das war mein Zauber. Ich glaube, das verwandelt deine Waffe in Frost. Genau. Okay. Ich weiß nicht. Ähm, ist nix. Für eine ganz kurze Zeit. Ja, für ganz, ganz kurze Zeit. Oh, das fliegt die Gegner an, ne? Ich weiß nicht, okay. Du mal weißt, ist der Zauber jetzt schon leer. Schlüssel, den nehme ich mal. Äh, Chancen, 10%. Ähm. Ach, du schaffst das schon. Ich trinke mal was. Easy. Oh, Schleim. Helf mir und trink nichts. Hallo? Schleim. Schleim, ich rede mit dir. Hallo. Und doch, man zwei. Bewegt sich Schleim mal. Wieso kann ich kein Schleim spielen? Bin ich gerne ausgewählt, wenn ich die... Ich wusste erst mal, weil ich verbrauche, wusste ich, ne? Äh. Ich bin mir nicht sicher, was gerade passiert. Ich glaube, es ist ein Asynchron. Ich habe nur ein paar Ratten noch geholt. War mir zu wenig. Ich habe keine Ratten. Was, du hast keine Ratten? Nee. Irgendwas tötet mich auch gerade nicht. Ich sehe nicht mal. Ich... Was? Hier sind Ratten. Hier sind Ratten. Was? Ich hatte... Boah! Was zur Hölle? Das war jetzt eben Leck, aber so richtig. Ich habe doch gesagt, hier sind Ratten. Du glaubst mir nicht. Ja, aber das ist bei mir gerade alles eben versch... Na, toll. Jetzt bin ich schon wieder gestorben. Oh, jetzt hast du wieder deinen scheiß Zauber ausgewählt. Wähne ihn ab. Ich hatte gerade mega Leck. Bin dann gestorben deswegen. Toll. Man kann es aber übertreiben mit dem Gehirn. Sie waren plötzlich alle da. Als du gesagt hast, das sind Ratten, waren bei mir eben noch zwei Schleime übrig. Und bis er endlich einen Heilschang getrunken hatte, war ich schon lange tot. Weil ich gar nicht gemerkt habe, dass ich sterbe. Wann stehen die alleine? Okay, ich komme mal wieder. Ich muss sowieso wieder kommen. Ich meine... Ich kann doch hier liegen bleiben bis zum Ende des Displays. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert so. Musst du mir jetzt irgendwas hier mitnehmen? Ich habe da einen Schlüssel gefunden, ja. Ich habe Gegner gefunden. Das ist viel besser als eine scheiß Ratten. Ich habe Goblins, ne? Ich habe Goblins, ne? Was hast du, Ratten? Ich bitte dich. Das ist eigentlich absurd hier. Pass mal auf, wenn du das nächste Mal auf Toilette sitzt, dann kommt die von unten. Ey, was kommt von unten? Ey, was kommt von unten? Die Ratte. Ich habe mein Klo zum Zeitmaschinen umgebaut. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Sind wir am Anfang auch so oft gestorben beim letzten Mal? Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, damals wussten wir das mit dem R noch nicht. Da haben wir uns einfach neu geladen. Richtig, das wollen wir jetzt heute nicht machen. Es ist eh nur der Anfang. Soll ich mein Interact nicht vergesse. Äh, Verlierer. Interact ist wichtig, liebe Kinder. Hat mir da hinten noch was liegen lassen? Ich bin da einfach abgehauen. Nee, ich hab alles mitgenommen. Okay. Brafe Minus 1. Ah! Ich rüst mir gerade meine neue Hose aus. Kommst du mal? Hier geht's auch noch weiter, oder? Nein, da waren die Goblins. Nein, der ist hier noch. Was? Ich komme. Ja, da ist der Kasse. Haben wir doch gesagt. Aber ein Goblin war da noch. Ja, da war kein Goblin. Ist offen. Geht's wieder hoch? Ja, wir müssen ja wieder hoch. Ja. Erst gehen wir mal hier rüber und dann haben wir ja den Schlüssel. Das ist doch gar nichts zu meiner neuen Hose gesagt. Welche Hose? Die neue. Wie sah die alte aus? Äh, im Prinzip genauso. Oder, keine Ahnung, nicht wirklich anders. Toll. Äh, nein, ich möchte jetzt nicht die Schatztruhe öffnen. Vielleicht nicht, wenn da noch Gegner hier sind. Das ist so richtiger als Gegner. Die Vorkiste. Boah, ich kotze schon wieder. Es wird schwerer nicht auf. Ah, jetzt. Ich wusste nur, aber es reicht schon. Ich breche nur Blut, sonst geht's mir gut. Hm, das und das ist da ganz hinten. Meins, alles meins, alles meins. So, mach mal auf. Mach mal auf. Lass aufmachen, du Spack. Ne, ich? Ja. Ja, warte mal. Kannst du eh nicht skillen. Kannst du halt auch mal auf den Verfahrenspunkt? Ist sicher, dass man keine Erfahrung verliert, wenn man... Keine Ahnung. Vielleicht fehlt mir noch beides. Gegenstand benötigt. Ich glaube, du hast einen Schlüssel. Ja, muss ich den irgendwie mit E anwählen, oder was? Hätte gedacht, das geht automatisch, wenn ich... ...dings drück. Ich kann, wenn ich Shift drück, passiert gar nichts. Hm. Nö. Ich brauche hier einen Gegenstand. Scheint wohl ein anderer Schlüssel zu sein. Dann müssen wir wohl zurück zu den anderen Schlössern. Und dann muss der Schlüssel da irgendwo passen. Kannst du den Schlüssel auf den Nummernblock legen? Äh, auf eine Zahl legen? Nein. Okay. Auf jeden Fall einen Brückenschlüssel, wie ich gerade sehe. Brückenschlüssel? Äh... Steht da zumindest. Ist hier ein Schloss? Hier ist ein Schloss, benutzen wir mal hier. Kommst du? Ich stecke hier irgendwie fest. Was heißt, du steckst hier fest? Ich komme nicht mehr weg. Ich bin hier hochgeklettert und komme jetzt nicht mehr runter. Schlag mich mal. Fett. Was tust du denn jetzt schon wieder? Ich war am Wasser und bin hier hochgeklettert und jetzt komme ich nicht mehr weg. Oh. Ich mache das schon. Ich benutze mal Teleportation. Teleportation. Wenn ich's hätte. Das ist schon mit alle vier besucht. Nein. Ich glaube das funktioniert vielleicht. Ich kann mich auch töten lassen, vielleicht geht's dann. Ich beschütze dich. Toll. Wenn du für ewig und immer hängen bleibst. Das ist zu sehr hartig. Oder wir speichern mal und laden dann. Ja, dann können wir auch gleich testen, ob die Map da jetzt bei mir erhalten bleibt. Gut, speichern mal. Aber sag mir Bescheid, ich muss die Aufnahme dann stoppen. Da ist noch ein Ding. Ja, schlag halt mal drauf. Gut. So, speichern. Ich kann auf neun mal speichern. Ich spreche immer auf neun. Ja, besser ist das. So, Aufnahme läuft wieder. Delfino hängt immer noch fest. Hängst du wirklich immer noch fest? Ich häng jetzt aber nicht mehr in der selben Stelle fest. Es ist ein bisschen weiter nach links gerutscht. Hm. Ich brüte mich mal. Jetzt kann ich jetzt mal mit... Ja, block damit ich keinen Schaden mehr mache. Hab ich Zauber? Ich hab Zauber. Okay, komm, Gegner. Schluck dies. Äh, ups. Soll ich jetzt nicht, aber... Ja. Wow, die steuern voll zurück. Ich hab doch... Ach, ich bin schon wieder gestorben. Warum? Ich hab doch nen Trank genommen.